Skaten halten mich fit, damit jeder Morgen aufstehen kann. Meine Arbeiten hier in der SUHA sind sehr vielfältig. Unter anderem mache ich Reinigungen, Gärtnerarbeiten und Wartungen. Bei der Reinigung achten darauf, dass ich systematisch und sorgfältig arbeite. Für diesen Beruf musst du handwerklich begabt sein und sauber arbeiten können. Ich finde es schön, dass ich mir vertraue und ich selbstständig arbeiten kann, aber ich immer Hilfe bekomme, wenn ich sie brauche. Wir Lernenden haben so gut zusammen, dass wir sogar jeden Mittag essen gehen. Mir gefällt es, dass ich auch in der frischen Luft und im grünen arbeiten kann. Ich kann meine Kreativität ausleben, indem ich ein Blumenbeet gestalte. Zum Fachmannbetriebsunterhalt gehören auch Wartungen an Lüftungsanlagen dazu. Ich bin zu der SUHA gekommen, weil es ein grosser Betrieb ist und ich hier viel lernen kann. Kein Tag ist wie der andere. Wenn ihr auch Lust auf so eine Vielfältige einlehrt, bewerbt euch jetzt bei der SUHA. Ich bin zu dem großartig. Ich bin zu Louis Vuitton das in der SU frage und meine Kreativität. Ich bin zu der Grunde mit meinem Kreativität in den Kreativität. Vielen Dank.